Ich habe Postkartendruckereien getestet. Ihr kennt wahrscheinlich solche Anbieter, wo man auf einer Website oder in einer App sein eigenes Foto hochlädt und das wird dann als echte Postkarte verschickt. Ich habe insgesamt sieben Anbieter getestet, stelle ich euch jetzt im Detail vor. Vier Druckereien waren private Anbieter und drei Postkarten-Apps kamen von staatlichen Postgesellschaften und zwar Österreichische Post, Luxemburgische Post und Postenort. Der erste Anbieter, den ich euch vorstellen möchte, ist simplycards.com. Die Karte kostete 2,59 Euro. Die Druckqualität ist soweit nicht zu beanstanden. Die Rückseite, da sieht man, ich konnte hier den Grußkartentext frei gestalten, also die Schriftart kann man frei wählen, die Farbe kann man frei wählen, hier noch so ein Emoji einfügen und auch seine Signatur hier so hinkritzeln. Simplycards.com ist ein französischer Anbieter, von daher ist hier der Frankiervermerk ganz interessant, denn die Postkarte wurde wahrscheinlich in Frankreich gedruckt und dann über die Grenze gefahren vom Anbieter und hier bei der Deutschen Post eingeliefert. Das vermute ich daher, weil hier im Stempel als Absenderanschrift Niederaula steht. Das ist eigentlich typisch. Falls ihr schon mal irgendwas in China bestellt habt, steht da auch häufig als Absender eine Postfachanschrift in Niederaula drauf. Das ist typisch für ausländische Anbieter, die ihre Sendung direkt in Deutschland einliefern. Ja, die Illustration hier für die Postkarte konnte ich auch selber hochladen, ist aber keine echte Briefmarke, sondern alles nur aufgedruckt. Eine Besonderheit ist auch der QR-Code unterhalb der Empfängeranschrift. Wenn man den einscannt, kommt man auf so eine Website und da kann man eine kleine Dankesbotschaft an den Absender eintippen und der Absender bekommt dann eine E-Mail und da steht dann das Dankeschön drin, was man eben eingetippt hat. Ja, finde ich ein ganz nettes Gimmick, habe ich so bei keinem anderen Anbieter gefunden. Ja, die nächste Postkarte kommt von der österreichischen Post und da sieht man leider schon den weißen Rand drumherum. Der stört mich persönlich. Vielleicht wäre er noch akzeptabel, wenn der Rand symmetrisch wäre. Oben ist der Rand so dünn, rechts an der Seite ist er ziemlich dick, also irgendwie sieht das nicht harmonisch aus. Von daher gibt es hier einen Punkt Abzug für die Druckqualität auf der Vorderseite. Dafür ist der Preis sehr günstig. 1,99 Euro kostet die Postkarte, egal ob man sie innerhalb Österreichs oder weltweit verschickt. 1,99 Euro, das ist der preiswerteste Anbieter im ganzen Vergleichstest hier. Ja, eine echte Briefmarke gibt es nicht, da ist hier so ein Hund-Motiv eingedruckt. Als Kunde kann man das Motiv auch nicht ändern oder auch kein eigenes Motiv uploaden. Den Grußtext hätte ich hier noch abändern können. Ich habe hier Areal in schwarzer Schrift genommen. Ich hätte auch eine andere Schriftart oder eine bunte Farbe auswählen können. Diese Karte ist vom Marktführer mypostcard.com, ein deutsches Unternehmen. Die haben Druckereien auf der ganzen Welt, also falls ihr meine Postkarte nach Australien verschickt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mypostcard die Postkarte direkt in Australien vor Ort druckt. Die Druckqualität ist nicht zu beanstanden. Vorderseite einwandfrei, Rückseite stört mich immer dieses große mypostcard-Logo unter der Empfängeranschrift. Ich finde, das ist zu groß und wirkt ein bisschen unseriös, wenn da so ein großer Werbeeindruck drin ist. Dafür ist gut, dass eine echte Briefmarke verwendet wurde. Briefmarke individuell und auch ein echter Stempel aus dem Briefzentrum. Und man sieht, ich konnte hier auch Schriftart und Schriftfarbe des Großtextes anpassen. Preis 2,69 €, damit preislich im Mittelfeld. Die nächste Postkarte ist von CW. CW kennt ihr vielleicht eher so als Fotobuchhersteller oder als Hersteller von Fotoabzügen. Aber CW bietet solche Postkarten im Direktversand an und da muss ich die Druckqualität hervorheben. Hier im Video kommt das jetzt wahrscheinlich nicht so gut drüber, aber man kann wirklich sehr kleine Details auf der Postkarte im Bild sehen. Zum Beispiel hier die Schrift auf dem DAL-Container oder diese Metallprofile haben so kleine Löcher. Die kann man wirklich im Detail auf der Postkarte sehen und bei anderen Postkarten verschwimmen diese Details. CW hat also hier wirklich die beste Druckqualität, würde ich sagen, im Vergleichstest. Dafür ist die Rückseite sehr langweilig. Hier gar keine Briefmarke, nur so eine Frankierwelle. Und hier bei der Adressierung fällt mir auf, dass eine Absenderadresse muss sich im Bestellprozess zwangsweise angeben. Und die Absenderadresse wird hier oberhalb der Empfängeranschrift eingedruckt. Und was mir aufgefallen ist, es fehlt die Zielkodierung. Also dieser orange Strichcode, der normalerweise unten am Rand von Postkarten oder Briefing eingedrückt wird, der fehlt hier bei CW. Könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht die Sortieranlage nicht unterscheiden konnte zwischen Absenderanschrift und Empfängeranschrift. Ist aber nur eine Vermutung. Der Preis 2,59 Euro. Und auch hier kann man Farbe und Schriftart des Grußtextes frei einstellen. Die nächste Postkarte ist von urlaubsgruß.com. Und als die zugestellt wurde, habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil hier links am Rand so ein weißer Streifen frei ist. Da habe ich gedacht, Mensch, hast du da irgendwie einen Fehler gemacht beim Bild-Upload? Aber kann eigentlich nicht sein, weil ich habe die Bilder immer nur hochgeladen bei den Anbietern. Und an der Bildgestaltung habe ich eigentlich gar nichts verändert. Also ich will jetzt Urlaubsgruß hier nicht beschuldigen. Vielleicht habe ich wirklich einen Fehler beim Upload gemacht. Von daher nehme ich hier den weißen Rand auf meine Kappe. Sieht in jedem Fall nicht so schön aus. Die Rückseite wird eine echte Briefmarke verwendet. Briefmarke individuell. Genauso wie bei MyPostcard. Auch ein echter Stempel aus dem Briefzentrum. Und hier kann ich auch wieder Schriftart und Schriftfarbe individualisieren. Der Preis 2,38 Euro gehört eher zu den günstigen Anbietern. Der nächste Anbieter ist die Postkarten-App der luxemburgischen Post. Das war der teuerste Anbieter im Vergleichstest. 3,84 Euro hat diese Postkarte gekostet. Und die Druckqualität muss sich ein bisschen bemängeln. Man sieht es hier am DHL-Container. Wenn ich jetzt eine andere Postkarte daneben halte, normalerweise müsste dieser Container silberfarben erscheinen. Bei der luxemburgischen Post ist der Container ein bisschen rotstichig. Ja, ist ein kleiner Fehler, aber fällt halt auf. Dafür ist die Seite eigentlich richtig schön. Es wurde eine echte luxemburgische Briefmarke verwendet, ein echter Stempel. Den Grußtext konnte ich nicht verändern. Also der ist immer in schwarz und auch immer in dieser Schriftart. Und hier oben noch ein Tipp für euch. Wenn ihr den Code SMART verwendet, dann könnt ihr mit der App der luxemburgischen Post eine Postkarte gratis verschicken. Die letzte Karte stammt von PostNord. Das ist die Postgesellschaft für Dänemark, Norwegen und Schweden. Kostete 2,60 Euro. Druckqualität nicht zu beanstanden. Einwandfrei. Auf der Rückseite keine echte Briefmarke, aber immerhin ein echter Stempel aus Schweden. Den Grußtext konnte man farblich und in der Schriftart anpassen. Und positiv auch zu vermerken, hier ist kein Herstellervermerk zu sehen. Also keine URL oder kein Logo, wo diese Postkarte produziert wurde. Von daher ein richtig hübsches Design hier der Rückseite. Das gefällt mir. Jetzt blende ich euch noch mal eine Tabelle ein mit allen Anbietern, allen Preisen, allen Lieferzeiten. Und ich muss dazu sagen, den Anbieter Postalo.de konnte ich jetzt nicht ausführlich testen. Ich habe da zwar auch am Montag eine Postkarte bestellt, aber die kam heute bis Freitag leider nicht an. Von daher fehlte dieser Anbieter im Test. Ich will dem Anbieter jetzt nicht unterstellen, dass er die Postkarte nicht verschickt hat. Aber ja, ich habe keine Postkarte vorliegen. Von daher konnte ich Postalo leider nicht testen. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie macht ihr das? Nutzt ihr überhaupt solche Postkarten-Apps? Oder wenn ihr im Urlaub seid, geht ihr lieber zum Kiosk und kauft euch eine Postkarte und verschickt die dann handschriftlich. Ja, hinterlasst gerne mal einen Kommentar. Und sonst abonniert auch gerne den Kanal von paketda.de.